Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Steinebeißerfreunde, was ich da großartig mache, was ich aufnehme von Steinebeißerfreunde, steht noch nix fest. Aber, das nur festliegt, werde ich vorlesen von Startelf. Aber was genau, welche Mannschaft, weiß ich noch nicht. Was ich da gerade nicht aufgenommen habe, ist noch nix fest. Ich wollte dir vorlesen, Thema Regionalliga West, werde ich von Steinebeißerfreunde aufnehmen, aber steht noch nix fest, welche Verein. Lese ich euch mal vor, kann gerne in die Kommentare reinschreiben, welcher Verein ist das ich aufnehmen soll. Da finde ich kleinere Vereine, was meine euch? Bitte in die Kommentare reinschreiben. Beispiel Fortuna Köln, MSV Duisburg, Sportfreunde Lotte, Rot-Weiß Obenhausen, Brosse-Monschen-Gladbach U23, SV Rögenhausen, SV Grün, SV Köln, U23, SC Baddeborn 07, U23, UHG 05, Fortuna Düsseldorf U23, Wuppertal SV, Ehrse FC Boxer Fortuna Düsseldorf U10, FC FC Bocholt Fortuna Düsseldorf Coor green plus streitig reden. racing Thiossore Wuppertal Düsseldorf FC Schalke 04, U23, SV Eintracht, hkbl SV FC Waidenburg, Das klingt sehr interessant. Und ja, Dortmund steht fest. Ich sage euch mal, viel Spaß von diesem Video.